Musik Nach der endgültigen Ermittlung und Zusammenstellung in den acht Wahlbezirken und im Briefwahlvorstand gebe ich das amtliche Wahlergebnis bekannt. Zahl der Wahlberechtigten 9.470, Zahl der Wähler 4.190, das entspricht 44,24 Prozent Wahlbeteiligung, davon Briefwähler 937, Zahl der gültigen Stimmen 4.167, Zahl der ungültigen Stimmen 23. Von den gültigen Stimmen entfielen auf Joachim Schuster 2.456 Stimmen, das entspricht 58,9 Prozent Wahlbeteiligung. Applaus 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 Ich denke, du kannst das so gerne machen. Ich bin gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.